geil natürlich ein heimspiel hoffentlich heimspiel paderborn ist nicht einfach aber ist ein zweitligist nämlich auch gesagt ist nicht einfach paderborn hat frem rausgeschmissen nicht einfach aber nehme ich weil es ein zweitligist würde ich nehmen paderborn auswärts ja ist okay jungs ohne witz ist komplett okay ist komplett okay ist komplett okay ist alles andere als einfach aber ist komplett okay 18 30 an für wahrscheinlich weil die irgendein problem haben mit mit stadien wie drin kicken darf weiß ich ja nicht also wie gesagt paderborn ist wirkt das ist nicht einfach brem ist ausgeschieden paderborn ist nicht einfach aber es ist wenigstens ein zweitliga los ein zweitligist das ist immer noch immer noch lieber logischerweise als dort oder bayern auswärts das wird überhaupt nicht einfach aber nehme ich sehr viel lieber als irgendein erstligisten da da geht schon was in paderborn normalerweise so als erstligist muss was gehen paderborn sandhausen freiburg ich sage mal ehrlich dass das macht freiburg normalerweise wenn wir jetzt mal guckt also wir haben wir haben keine bayern abbekommen kein dortmund keine bundesligisten generell kein union kein frankfurt kein leipzig und so was vollkommen in ordnung man paderborn auswärts ist schwer das hat uns bremien bewiesen ausgeschieden im pokal auch wenn es da natürlich auch in die schiri diskussionen gab jetzt ab dem 8 final gibt es ja glaube ich vr das gab es letzte runde noch nicht aber du musst damit zufrieden sein dass du einen zweitligisten zu gelost bekommen hast auch wenn es auswärts ist musst du damit zufrieden sein wird trotzdem spiel auf der rasierklinge wahrscheinlich nachdem wie wir halt im ende januar aussehen von der leistung her und wie auch paderborn sie bis dahin hält aber da können wir weiter kommen union volksburg ist normalerweise union zu hause frankfurt darmstadt wird natürlich nicht einfach aber ich denke mal frankfurt bochum dort normalerweise dortmund bayern gewinnt in mainz leipzig gegen hoffenheim ist echt eng aktuell würde ich sagen hoffenheim muss mal gucken und nürnberg-düsseldorf ist auch ziemlich eng weil es ein heimspiel ist schwierig da muss gucken wie die aktuell wie es da so läuft ich würde mir nürnberg wünschen weil dann vielleicht die chance besteht dass man irgendwie nach gegen nürnberg spielte nächsten runde oder eben vor allem auch auswärts in nürnberg spielt habe ich ja direkt direkt hier nebenan aber muss man zufrieden sein wir haben einen zweitligisten zu gelost bekommen dann müssen wir zufrieden mit seinem achtelfinale dresden bielefeld sein paderborn mit der mit dem ablauf mit dem ablauf musst du bist zufrieden sein was was den pokal angeht so das einzige was halt reinkacken wird was sie hier vorhin gesagt haben dass es halt auf ziemlich sicher und 18 30 anpfiff ist weil die hier scheinbar irgendwie na irgendwie mit stadienprobleme haben dass irgendwie wahrscheinlich bis zu einer gewissen uhrzeit spielen dürfen oder irgend so ein quark das hieß es vorhin direkt nach dem los dass es vermutlich 18 30 spiel wird da natürlich nicht so geil aber da fahre ich mit nach sehr hohen wahrscheinlichkeit eh nicht hin aber auch mini mini kleinen aussatzblock kommt es gefühlt nicht an karten von dem streamer das ding wahrscheinlich dann ende januar und müssen wie gesagt zweitligist ausgelost bekommen wird nicht einfach oder da müssen wir mit zufrieden sein wollen thema sind von mit zufrieden sein müssen härter hat gewonnen gegen schalke das ist natürlich scheiße für uns dass da irgendwer unten gewinnt und schien wahrscheinlich noch besser gewesen aber immerhin hat sich schalke keine punkte geholt das ist wichtiger schalke keine punkte geholt das ist wichtiger bei hertha spielt für mich guten fußball die werden normalerweise nicht nicht aus nicht nicht da unten mit drin stecken der pokal ist irgendwie aufgeteilt zwischen dem 31 januar und dem 8 februar dank an jeden der eingeschaltet hat wir hatten teilweise fast irgendwie 300 zuschauer so was oder fast 400 glaube ich sogar ganz ganz wilde nummer gewesen gucken wir eben ob ich noch die werbetrommel baller jawohl jungs ich brauche gar keine werbetrommel rühren einfach nur bedanken mich freuen 5503 abonnenten auch noch mal eine schöne dicke zahl 5500 eine schöne marke geknackt mit dem stream hier vielen dank an jeden der eingeschaltet hat bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal